Diese eine Situation an der Kasse. Was ist denn passiert? Ich hab meinen Nagel gebrochen. Stimmt, die Nägel. Ich hab die Nägel vergessen. Nein, Dad, nicht schon wieder. Doch, nein, doch, nein, doch. Ich hol dir schnell. Warte hier ganz kurz. Dad, wir sind aber gleich dran. Keine Sorge, ich bin ruckzuck wieder da. Dad, warum machst du das immer? Das macht dann 18,20 Euro. Oh, ich bin da. Warte, ich hab Klebeband vergessen. Nein.